Wuhu! Schnell zu der anderen Waffenkiste rennen! Ja, schlechte Waffenkiste... Nein, immer ruhig schnell, schnell! Immer ruhig schnell her, komm schnell! Warte doch mal Leute! Moment, ich erschieße erstmal den Knaller Psychopathen auf der anderen Seite, der nervt mich. Okay. Und ich zeige mal eine Munition. Oh, Muni! Alles klar, erstmal schießen wir... Ja, mit Raketen darf er auch noch mal ein bisschen Randale machen. Woll ich jetzt was sagen, es ist ja gar nichts gegen den Mothrack, den wir letztes Jahr toten mussten. Oh Gott! Das war echt ne Plage! Das ist der Mann keine Plage, der war... Ach, Skegzeler, das war schön. Ja, Skegzeler, da war der Shadowfang dabei gewesen. Aber, ja gut, der kam schon ziemlich gut an den Mothrack ran, weil der auch einfach so ewig lang gebraucht hat. An den konnte man wenigstens treffen! Ja, und der war auch deutlich einfacher zu besiegen. Das weiß ich nicht. Nein! Ich treff diesen Typen nicht. Er ist einfach da. Er hat tausend Sachen fallen lassen, einfach so. Und jetzt ist der Klallatte Psychopath auf der anderen Seite tot. Und ich bin endlich zufrieden. Warum? Können wir jetzt die Waffen resurfeln? Ja, weißt du, Greggie, wem wir einen Strich durch die Rechnung machen, muss ich einfach mal an der Stelle sagen. Greggie, gehst du bitte raus. Greggie, bitte. Ich muss einmal kurz, bevor wir die Kiste öffnen, werde ich hier einfach nochmal kurz checken, was hier los ist. Aber bevor er knallt nochmal nicht. Knallt ihn ab, Mann! Knallt ihn ab, Mann! Knallt ihn ab! Weißt du, dass Greggie immer links neben dir sitzt? Wissen wir ja aus Endball. Also musst du da ein bisschen mit ihm gehen. Nein, er sitzt rechts neben mir. Du denkst nicht Spiegel verkehrt. Oh, stimmt. Alles klar, ich schaue jetzt mal nach. Bis gleich. Aber wenn euch nur wieder... Das war so klar. Das war so klar. Okay, ähm, da ist nichts wichtiges drin, also lassen wir das erstmal. Okay, ich würde mal sagen, wir machen jetzt weiter bei Borderlands. Wir sind jetzt wieder auf dem Weg nach... Wo, was weiß ich nicht? Nein, wieso nein? Wieso Greggie? Greggie, ich hasse dich! Yeah, zwei Bilder pro Sekunde! Ist ja voll gut! Geil! Okay, was soll das? Ich muss jetzt mal an dieser Stelle sagen, dass diese... Ja, Munitionsregeneration echt effektiv ist. Gefällt mir wirklich gut. Allerdings. Wir sollen das für einen Raketenwerfer. Aber... Ich wüsste... Was ist das? Das ist wirklich gerade ein sehr interessantes Problem. Ja, äh, was mache ich jetzt? Noch ne kurze Pause. Also, gut. Äh, ja, jetzt siehts nochmal ganz gut aus. Äh, ja, gut. C-Ladung! C-Ladung platzieren müssen wir. Wir müssen sie aber erst mal finden. Hm, 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 hm. You wollen? Und denn, ob hier sooo schon bedurfs chorus selber. Das mustardanton hält, weiß castig. Du, wer rну, eh��, hm, 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 hm. darf nicht steuer und ich darf doch nicht mal steuern Wieso die Aufnahme geht voll in die Lache ich weiß nicht ich hasse mein Leben gerade gut schon wieder eine Pause und wenn die Aufnahme mit dem Ton scheiße Oh ich sehe die CMC Ladung da hinten ich bin aber super also los versuchen wir es weiter ich versuche jetzt einfach weiter aufzunehmen sonst werde ich immer mal wir jetzt kurz zwischen Pausen reinmachen das ist schlecht das weiß ich hoffen wir mal dass es nicht mal rumkrägt nein das denke ich auch also es sollte Trutz Oh Mann sollen wir die nicht mal töten da ist Töte ist Töte sie einfach mach das wenn du kannst ich gerade ich versuche ich gebe mein Bestes einfach noch was zu bewertigen hier einfach noch Leute zu töten Töte dich doch zu den brennenden Psychopathen hier sogar das mache ich Britze Töte ich wollte ich überlasse euch gerade die Kommentarsektion weil ich bin keine Ahnung ich bin gerade irgendwie total stumm ich weiß nicht warum ach die Aufnahme läuft okay gut die Aufnahme läuft schon die ganze Zeit die ja ich habe wieder keine Ahnung egal ja du kannst auch irgendwie nie wirklich was mit kann das sein ja das ist wow wow Nala Psycheopartner die stehen da im Doppelpack Scheiße sehr guter Hintertel ist auch ein Verrückter stirb gar nichts ich habe die C-Lahnung gefunden nein hast du nicht hast du nicht doch wenn er stirb Rügel in den Tod okay Geld 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 ist nicht und eine Waffe und Kiste aber eine schlechte äh trotz trotzdem reingucken warte doch mal jetzt sicher ja okay gut alles aufsammeln wie in den ersten Platz nein ja das war ich oh sehr schön SMG und naja die Combat Driver oh eine SMG und Combat Driver die schlecht ist die nehme ich einfach mit weil ich Geld brauche so okay hm wo müssen wir also hier der Emre hat die C-Ladung gefunden richtig ja ich gehe jetzt platzieren okay mach das dann mach das mal dann laufen wir weiter wir müssen also hoch so wie es aussieht um okay dann gehen wir mal hoch ab und zu der aber so hoch dann wieder auch nicht ich rügel trotzdem die Typen ab und tot ja stopp klopp wieder klopp 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 verpiss dich weiter geht's ja obwohl ich jetzt diese Munitionsregeneration nach habe ich das dringende Bedürfnis dauernd Munition einzusammeln wieder gar nicht jeder gerade bis auf guter steht bis auf aber nur noch aber auch da und amal dieser muss warten da unten da unten steht einfach so bis auf warum auch immer da bis auf steht naja da ist ein Schläger in mich abballert den tötet ich jetzt mal der nervt mich macht das mir ist das relativ egal der eine Städte von der Luft soll das machen seitdem soll das kann der nervt mich der nervt mich da hat er frei Scheiße mach doch freilich aber auch nein m ich hasse dich ich Was wäre hier, Mann? Oh Gott! Sehr schön! Oh! Oh Gott, Shadowfang stirbt! Wieso stirbt ihr jetzt alle? Ich nicht! Gut! Shadowfang, ich rette dich jetzt einfach, ich versuch's! Nee, das schaffe ich nicht, die Banner dich so ab, das... Nein! Ich reine! Das zeigt nicht, du siehst! Shadowfuck! 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 Der war genau neben ihr und ich hab's nicht bemerkt, ohm! Fail! Shadowfuck, ey! So, ich stirb! Na, ok, äh, schau, soll ich sterben? Bin ich nicht! Knallharte Assi knallt mich auf! Habe ich auf einmal für ne Wachwendehand? Nein, nein! Stirb! Ok, darf ich mal bitte wieder leben? Na, sicher! Ja! Da dürfen wir die C-Ladung jetzt anbringen, dort drüben! Ich hab auf einmal ne Waffe in der Hand, ne ganz andere! Explosive Milf und die eine SMG ist hier ne ziemlich gute, mit 4 Schuss auf einmal irgendwie! Ah, Explosive Milf! Oh mein Gott! Eine SMG, schon wieder! Ja! Disco-Telefon! Disco-Telefon! Warum, warum, warum... Ich kann es nicht abschalten und ich schau! Das ist kräftiger! Du bist an, der Schuss! Und, die kräftiger Leute, die das ist nicht klar! Das ist eine Möchung! Das ist nicht... Ja, oder? Ja! Was ist das für du? Oh mein Gott! M.R.M. steht dorthin einfach rum. So, können wir aufmachen? Ich bin jahenhaft gestorben. Alles klar, gut. Es ist drin eine Schrotflinte. Oh, ein Glasmod. Die ich zwar mitnehmen werde, aber nicht wirklich benutzen werde. Okay, und hier ist noch eine Kiste. Wann sehen, was da drin ist. Okay, wollt ihr wetten? Okay, ich sag Schrotflinte. Okay, die Schrotflinte ist schon mal drin. Ich nehme mal die Combat Rifle mit. Du hättest es wenigstens nur noch mal kurz warten können, bis ich sie gezeigt habe. Entschuldigung, das Zeugzeug ist ja nicht. Entschuldigung. Es war eine sehr schlechte Combat Rifle, eigentlich Müll. Okay, gut. Das ist ja nicht, als es ist, wie ich anscheinend mag uns Craig jetzt wieder. Er hat sich jetzt genug bisher herum getanzt und seine blöden Eier gezeigt. Yeah, ja, für die Kontrolle. Was soll's mir? Das ist so scheiße, egal. So, was Craig eigentlich Kontrolle über den Rechner? Ich weiß es nicht. Vielleicht wird sich das ja irgendwo mal zeigen, in einem Abonnenten-Sverschirm. Steht der im Banner mit We are Galp? Na, Craig ist ein Virus, der macht's kaputt. Craig ist ein Virus. Der Trojane einfach. Sie haben meinen Pack geschlossen. Sie haben sich zusammengeschlossen, um dein Rechner kaputt zu machen. Cool. Also, das finde ich dann schon wieder cool. Da habe ich gar nichts gegen, dass sie sich zusammengeschlossen haben.